Das neue Mascottchen vom Sonntagsmagazin, der Herr, also ich nehme an, sein Herr, heisst Tabaluga. Das ist der Hauptdarsteller eines Buches und vor allem eines Plattenprojekts von Peter Maffay. Peter, herzlich willkommen bei uns. Danke für euch. Tabaluga, die Anfangsgeschichte, geht schon ein bisschen zurück. Musst du schon irgendwo hin, deine Uhr? Hast du noch Zeit für uns? Ja, ja.